So, dann sind wir logistisch bald soweit. Es freut mich schon mal, jetzt in die zweite Runde dieses Open Hearings zu starten und in dem Sinn die kompetenten Befürworter und auch Gegner der Netzsperren hier begrüßen zu dürfen. Sie haben das in der Einladung gesehen. Es ist einerseits Natascha Nussberger, Roger Fasnacht, Jean-Marc Hensch und Michael Hausding. Wir haben das so besprochen, dass wir kurz eine Vorstellungsrunde machen mit so einem ganz kurzen Statement und dann anschliessend ich einige Fragen stellen werde, die ich mir dann notiert habe. Und dann möglichst rasch auch die Diskussion öffnen natürlich, damit Sie, die da sind, auch Ihre Fragen und Kommentare anbringen können. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann darf ich Frau Natascha Nussberger bitten, sich kurz vorzustellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und bis die Technik startet, Hausding, Kurt. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Nationalräte, Nationalräte. Ich bin hier als Vertreter von Switch, dem ein offenes und freies Internet schon immer sehr wichtig war, aber auch als Vertreter der Internet Society Switzerland. Gut. Und dann haben wir noch Jean-Marc Hensch. Er hat den Wunsch geäußert, eine kleine Live-Demo zu machen. Und wie es bei diesen Live-Demos halt meistens ist, insbesondere bei Informatik-Anlässen, dass natürlich die Technik nicht ganz so trivial ist. Ich schlage vor, du stellst dich trotzdem mal kurz vor und dann starten wir nachher, sobald wir die Technik eingestellt haben, dann mit der Live-Demo. Sehr gerne, lieber Matthias. Besten Dank. Mein Name ist Jean-Marc Hensch. Ich bin Geschäftsführer des Verbands der IT-Anbieter der Schweiz, zu dem die 450 grössten Anbieter der Schweiz gehören. Wir haben keine Aktien, weder bei inländischen Anbietern noch bei ausländischen Anbietern von Casinos. Ehrlich gesagt, uns interessieren Glücksspiele nicht die Bohne, aber wir glauben, dass es hier um sehr gefährliche Entwicklungen gibt, die für das Internet und für die Wirtschaft von Gefahr sind. Gut, vielen Dank für diese Eröffnungsstatements. Wenn wir auf dieser Seite noch an der Technik sind, mal kurz eine Frage an Sie. Sie können selber anwählen, wer das beantwortet. Wir haben gehört in der Einführung von Herrn Tuvenas, so der Schlusssatz, eher ein untaugliches Mittel versus gar nichts tun. Also wie sehen Sie das? Warum ist ein untaugliches Mittel besser als gar nichts tun? Also ich würde mal schon in Abrede stellen, dass es untauglich ist. Es war von Anfang an klar, dass diese Netzspälen umgangen werden können. Es ist vielleicht auch relativ wenig Aufwand damit verbunden. Aber der Aufwand ist da. Und jeder, der eine kommerzielle Website betreibt, der weiss, dass jeder zusätzlich notwendige Mausklick eine Hürde darstellt, für zu Kundenverlusten. Und die Erfahrungen im Ausland zeigen, wir haben da etwas Forschung getrieben, dass effektiv eben die meisten Leute, auch wenn er klein ist, diesen Aufwand scheuen. Das heisst, diese Sperren haben durchaus ihre Berechtigung und sie funktionieren. Aber wie gesagt, nicht zu 100 Prozent. Das kann man problemlos jetzt dann sehen. Genau. Wir haben es jetzt geschafft, glaube ich, soweit. Sind wir einigermassen online. Okay. Es ist einfach interessant zu sehen, dass die Technik sich relativ stark entwickelt hat, seit an dieser Gesetzesvorlage gearbeitet wurde. Sie sehen hier die neueste Version des Opera-Browsers. Das ist einer von vielen, den man herunterladen kann. Ist bereits eingestellt auf anonyme Surfen, um da problemlos unterwegs zu sein. Wenn ich da auf Netflix gehe, ich habe extra diesen Anbieter genommen, damit wir da nichts Illegales tun. Sie sehen jetzt, der interessante Vergang ist, dass die Preise, die wir hier haben, das sind Schweizer Frankenpreis. Das heisst, ich habe die Netflix-Homepage eingelegt, aber die wird automatisch umgeleitet auf die Schweiz. Das ist dasselbe Verfahren, das auch gemacht werden soll. Nun haben uns die Befürworter des Gesetzes gesagt, ja, ja, das kann umgangen werden, aber das braucht wahnsinnige Nerds, die hohen technischen Wissensstand haben. Ich zeige Ihnen jetzt, was für ein wahnsinniger Nerd ich bin. Ich gehe also hier auf VPN, ein Klick, zwei Klicks und dann mache ich die Seite neu geladen. Und sieh an, ich habe den Preis in Dollar unten. Sie sehen, ich bin auf der amerikanischen Seite. Natürlich möchte ich noch betonen, ich habe kein Informatikstudium gemacht. Und ich traue sogar Ständeräten zu, dass sie das machen könnten, die ja in diesem Bereich sehr stark nichts davon hören wollten, dass das ein Problem ist. Das wollte ich einfach zeigen. Also es geht, weil man zum Teil eben nicht glaubt, dass das so einfach ist. Es ist wirklich das Einfachste der Welt. Und das sind, Sie können natürlich in Zukunft vermutlich auch noch Ihren Browser so voreinstellen, dass er von Anfang an gerade im VPN-Modus geht. Vielleicht noch ein kleines Detail, einfach damit Sie sehen, wie weit das geht. Ich bin jetzt hier auf Vereinigten Staaten drin. Jetzt könnte ich sagen, Sie sehen da unten das Wappen der Vereinigten Staaten. Jetzt könnte ich sagen, okay, eigentlich möchte ich lieber etwas anderes sein. Dann, was wähle ich heute aus? Vielleicht wäre ich heute lieber Niederländer, oder? Weil die bessere Filme haben, was weiss ich. Dann lade ich die Seite nochmals neu. Und lustigerweise, Sie sehen, ich habe sofort die Seite mit dem niederländischen Angebot. Sie sehen das an den Europreisen, die da unten angegangen sind. Also ein absolutes Kinderspiel. Gut, vielen Dank für diese VPN-Live-Demo. Wie ist das zu verstehen? Also einfach nur ganz kurz noch, ist das illegal, was du jetzt gerade gemacht hast? Das würde ich mir im Bundeshaus natürlich niemals gestatten. Okay. Gut, Frau Nussberger, Sie haben da eine Reaktion von Ihrer Seite. Ja, also für mich ist es klar, dass man die Sperren umgehen kann. Aber die Frage ist, sind sie wirksam oder nicht? Und für uns ist es klar, dass sie wirksam sind. Wir sind überzeugt, dass wir mindestens zwei Drittel der Spielerinnen und Spieler vom illegalen Spiel zum legalen Spiel umlenken können. Und wir dürfen eines nicht vergessen, wir sind fast die Letzten in Europa, die noch nicht das Online-Spiel eingeführt haben für Casino-Spiele. Also fahren wir nicht gegen die Wand. Also schauen wir, was haben unsere Nachbarländer gemacht. Was hat ganz Europa gemacht. Und wir wissen ganz genau, Europa ist zufrieden mit der Netzsperre. Und klar kann man die Sperre umgehen, aber Sie gehen davon aus, dass wir den Spielerinnen und Spielern verbieten wollen, zu spielen. Aber es ist nicht so. Wir möchten Sie vom illegalen zum legalen Spiel umlenken. Das ist auch das Ziel, was unsere Verfassung will. Und Sie gehen auch davon aus, dass jeder Spieler und jede Spielerin illegal spielen will. Und das stimmt auch nicht. Okay. Vielen Dank. Herr Haustitz. Kleine Präzision. Er spielt nicht illegal, weil es wurde ja gesagt von Gesetzes wegen. Es ist erlaubt, dass er dieses Spiel macht. Ihr verhindert es nur. Gut. Jetzt Herr Hausting, Sie sind bei der Switch und haben viele Kabel bei Ihnen und vernetzen die ganze Unilandschaft. Was ist Ihre Haltung zu dieser Netzsperrengeschichte? Zuerst möchte ich eine kleine Ergänzung, eine kleine Messung einbringen, die ich als Nerd gemacht habe. Das Erste ist, es wurde gesagt, im Ausland wurde es gemacht und die Netzsperren sind erfolgreich. Wir schätzen, dass ungefähr 30 Prozent der Internetnutzer weltweit mittlerweile Google DNS benutzen. Und das ist mit ein Grund, weil es Netzwerksperren gibt und die Benutzer sagen, sie wollen keine Zensur und sie wählen den Google DNS. Und das ist aus Sicherheitsgründen kritisch, weil diese Benutzer nicht mehr den DNS-Server ihres ISPs benutzen, sondern den von Google. Wenn sie den DNS-Server ihres ISPs benutzen, wurde es bereits erwähnt, haben sie einen Filter vor Kinderpornos. Sie sind aber auch vor Phishing-Seiten, die gegen Schweizer Anbieter losgehen, geschützt und sie sind meistens auch vom Malwerk geschützt, weil die Schweizer ISPs so Sachen auf ihrem DNS-Server blockieren. Wenn jetzt in der Schweiz auch so eine Ausweichbewegung auf alternative DNS-Anbieter stattfindet, ist das für die Schweizer Internetnutzer, was die Sicherheit betrifft, sehr negativ. Das ist noch ein weiterer Aspekt. Vielen Dank. Gibt es dazu Überlegungen jetzt von Ihrer Seite? Also der einfache Umweg, haben Sie das Gefühl, dass dieser Haag, wo man wahrscheinlich vielleicht drüber steigen kann, trotzdem etwas bewirkt? Wir können einfach nur auf die Erfahrungen im Ausland verweisen. Und es ist ja eigentlich nur ein Teil eines Gesamt-Packfishes, diese Sperren. Gleichzeitig ermöglicht man den legalen, kontrollierten Anbietern Werbung zu machen. Und dieses Package, also man muss auch schauen, dass diese ein attraktives Spielangebot haben können. Das können sie nie im gleichen Ausmass haben wie die Illegalen, weil es sind gewisse Auflagen damit verbunden. Aber trotzdem, es muss legal sein, Werbung machen. Und dann noch diese kleine Hürde, die reicht offenbar im Ausland doch, um einen großen Teil der Spieler davon abzuhalten, bei illegalen Sites zu spielen. Und vielleicht noch eine Bemerkung zur Zielgruppe. Ich gehe einig mit Ihnen, dass das nicht alle Spieler gleich betreffen wird. Aus meiner Sicht machen Sie einen Fehler, wenn Sie sagen, es sind nur die Süchtigen und die Süchtigen, die werden das dann schon überwinden. Dann bin ich auch bei Ihnen. Aber es gibt einfach auch Spielangebote, die machen süchtig. Und die Anbieter, mit denen wir es hier zu tun haben in Malta und Gibraltar, die wissen genau, wie man die Spiele konzipiert, damit sie süchtig machen. Und dann haben wir Leute, die noch nicht süchtig sind, die sich eventuell unbedarft auf diese Seiten bewegen, die dann in der Falle sind. Vielen Dank. Gibt es Alternativen, Jean-Marc Hensch? Also gibt es Möglichkeiten, Spiele, also ich nehme ja nicht an, du willst Leute süchtig machen, gäbe es Alternativen, jetzt ganz konstruktiv gesagt von eurer Seite, damit man quasi nicht auf die Netzsperren verzichten kann, andere wirksame Massnahmen? Also zuerst einmal finde ich sehr gewagt zu sagen, also bei uns haben wir einen geschützten Rahmen, in dem alles sauber abläuft, niemand wird zum Spiel angetrieben. Gehen Sie ihn einfach mal auf die Swiss-Los-Seite, sehen Sie auf all die blinkenden Lichter, jetzt sofort spielen. Es gibt Spiele, wo man die sofortige, sozusagen jetzt sofort 100.000 Franken, habe ich gleich vorhin gesehen. Also ich kann das nicht verstehen, weshalb man so tut, das seien die Schweizer Anbieter höchst moralisch und daneben irgendwelche anderen, von denen ich mich nicht informiert habe, das seien dann absolut gefährliche Leute. Also Spiel ist vermutlich etwas nicht Sinnvolles, deshalb habe ich das selbst auch noch nie getan und verstehe aber, wenn Leute Freude daran haben, die sollen das nutzen können. Jetzt zur Frage, was sind die Alternativen? Ich habe es am Anfang gesagt, ich bin nicht hier als Spielspezialist. Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt hier ein Vorhaben, etwas Unwirksames und Unsinniges zu machen und es gibt sehr viele negativen Punkte, die das mit sich bringt und deshalb sollte man es nicht tun. Was die Alternativen sein könnten, ob man sich auf die Geldflüsse konzentrieren sollte, ob man irgendetwas anderes machen sollte, das ist eigentlich nicht mein Ding. Ich meine, Sie könnten auch sagen, ich finde es nicht toll, dass die Leute im Ausland einkaufen gehen, also sperren wir alle Leute ein und dann sage ich, das finde ich nicht so toll und dann sagt man, ja, was ist deine Alternative? Du musst unbedingt, es gibt einfach gewisse Sachen, die kann man nicht restlos durchsetzen und ohne einfach die Freiheitsrechte der Bürger massiv einzuschränken, von all den Sicherheitsproblemen ganz abgesehen, dann sollte man es einfach bleiben lassen. Das hat, glaube ich, auch die Gutachten der Universität Zürich sehr schön gezeigt. Okay, ja, das ist eine verständliche Argumentation. Wir haben jetzt, denke ich, beide Seiten mal etwas ausführlich kennengelernt. Möchte ich gerne die Runde öffnen und Ihnen das Wort übergeben. Wenn Sie eine Frage oder einen kurzen Kommentar haben, dürft ihr das gerne machen und dann eben bitte das Mikrofon rasch einstellen. Darf ich Ihnen das Wort geben? Vielleicht kurz noch vorstellen. Danke, mein Name ist Marc Friedrich, ich bin der Geschäftsführer des Schweizer Casino-Verbandes. Also ich vertrete hier Interessen der Casinos. Ausgangspunkt ist, dass das Volk einen Entscheid gefällt hat, dass die Verfassung geändert wird, indem gesagt wird, Artikel 106 verlangt, dass die Erträge aus dem Geldspiel in die AHV und an die Gemeinnützigkeit fliessen und dass die Spieler vor den Gefahren des Glücksspiels geschützt werden, sprich Spielsucht, Betrug und Geldwäscherei. Dieser Verfassungsauftrag kann nur umgesetzt werden, wenn diese Internetsperren eingefügt werden in das Gesetz. Ich sehe keine Alternative. Sie, die Politiker, haben nicht die freie Wahl, etwas zu tun oder nichts zu tun, sondern die Verfassung schreibt vor, dass sie etwas tun müssen. Meine zweite Bemerkung ist, Fakt ist, dass wir heute schon im geltenden Gesetz ein Verbot haben, dass diese ausländischen Online-Anbieter in der Schweiz ihre Spiele nicht anbieten dürfen. Man muss feststellen, dass das überhaupt nichts nützt. Wenn wir jetzt keine Internetsperren einführen, wird dieser Zustand einfach weitergeführt. Jedes Jahr fliessen Grössenordnung 200 Millionen Franken Bruttospiel ertrag ins Ausland ab. Ich bin der Meinung, das sollte nicht so weitergeführt werden, sondern es ist notwendig, dass man diese Internetsperren einführt. Danke. Vielen Dank. Da hinten, Flückiger NZZ, ich habe zwei Fragen, beziehungsweise die erste Frage ist eigentlich auch eine Entgegnung an das, was mein Vorredner jetzt gesagt hat, weil Sie sagen, in der Verfassung stehe, der Markt ist nicht frei, es braucht Konzessionen, die Spiele sollen geschützt werden und der Ertrag soll fiskalisch der AHV zugutekommen. Nur genau das könnte man von einem ausländischen Anbieter auch verlangen. Also es gibt keinen einzigen Grund, den Markt hier auf die Schweiz zu beschränken oder auf Schweizer Anbieter, außer, und das haben Sie wenigstens im zweiten Teil der Aussage dann noch präzisiert, es geht darum, einfach die Erträge in der Schweiz zu halten. Aber eigentlich müsste man davon sprechen, dass es ein Protektionismusgesetz ist und die Ziele der Verfassung könnte man auch anderweitig erreichen. Und dann das zweite ist die Frage, die ich habe an die Herren, die vorhin aufs Ausland verwiesen haben. Also Sie haben jetzt gelobt, welche tollen Erfahrungen Frankreich gemacht hat mit diesen Netzsperren. Also gemäss meinen Informationen ist in diesen Ländern vor allem der Anteil des Schwarzmarktes massiv gestiegen. Also ich sehe hier nicht, und im Gegensatz zu Dänemark beispielsweise, die genau so ein Konzessionierungsmodell kennt, wo die Fiskalerträge sehr viel grösser geworden sind, eben genau, weil die Anbieter von der Illegalität in die Legalität geholt wurden. Also ich verstehe jetzt nicht ganz, wo diese tollen Erfahrungen im Ausland mit diesen Netzsperren sind. Vielleicht können Sie das präzisieren. Also ich erlaube mir zu antworten. Das Konzessionsmodell spielt hier keine Rolle. Egal welches Konzessionsmodell wir wählen, wir brauchen Blocking-Massnahmen. Weil stellen Sie sich vor, sonst haben wir die absurde Situation, die illegalen Anbieter heute, die wir zu legalen machen möchten, hätten die Wahl zwischen bis 80 Prozent Steuern bezahlen und keine Steuern bezahlen. Also es ist klar, dass wir ein Blocking brauchen. Ja, wenn ich mich anschliessen darf, das ist absolut richtig. Also Sie vermischen hier zwei Fragen. Das ist die Frage der Sperren und die Frage der Konzessionierung. Und ich kann Ihnen versichern, wenn man ausländische Anbieter zulassen würde für die Konzessionierung, wären das die Ersten, die danach reklamieren würden, dass man die nicht zugelassenen, die nicht Konzessionierten aussperren würde. Weil das Angebot einfach eine andere Qualität, eine andere Aggressivität hat. Okay, ja, nächste Frage. Ich möchte kurz ergänzen zu dieser Aussage, dass die Konzessionierung unweigerlich eine Blockierung zur Folge haben muss. Das müsste man ja dann auch bei der Mehrwertsteuer zum Beispiel machen. Wir haben jetzt eine Mehrwertsteuergesetzesänderung, die dazu führt, dass jedes Unternehmen weltweit das 100.000 Franken Umsatz macht und elektronische Produkte in die Schweiz liefern muss, hier in der Schweiz mehrwertsteuerpflichtig ist. Das würde ja bedeuten, dass Sie gleichzeitig Netzsperren einführen müssten, um alle die Unternehmen, die diese Mehrwertsteuer nicht abführen, dann entsprechend auszusperren. Es gibt ganz viele Regelungen, die unter internationalen ausländischen Unternehmen Auflagen machen, wenn sie im Schweizer Markt tätig sein wollen. Und wenn diese Auflagen nicht erfüllt sind, dann verhalten sie sich illegal. Und dann können sie bitte sehr gegen diese Unternehmen auf dem Rechtsweg vorgehen, wie sie das in anderen Dingen auch tun. Es gibt keinen Grund, in diesem Fall hier auf Netzsperren zu beharren, weil das bei allen anderen Bereichen auch nicht der Fall ist. Weil sonst müssen wir davon ausgehen, dass das in Zukunft für alle Branchen und für jeden Bereich eine Frage sein wird, müssen wir das sperren oder nicht. Das ist der Anfang vom Ende des offenen Netzes, was Sie hier proklamieren. Ich bin mit Ihnen nicht einverstanden. In diesem Bereich haben wir eine Konzession. Und das haben nicht wir entschieden, sondern das Volk. Es steht wirklich in der Verfassung. Wir möchten diesen Bereich schützen. Und es gibt Gründe, weil es gibt auch Gefahren. Es gibt Gefahren, Spielsucht, Geldwäscherei, Betrug. Und ich muss Ihnen sagen, über diesen Artikel haben nicht nur Spielerinnen und Spieler abgestimmt, sondern alle, auch diejenigen, die sozialen Kosten tragen, das Spiel sucht. Und es war ein bewusster Entscheid. Sie hätten die Wahl gehabt, den Artikel abzulehnen. Und deshalb müssen wir jetzt, wir haben diesen Auftrag, diesen Verfassungsartikel umzusetzen. Die Bevölkerung hat ja gesagt, wir möchten einen geschützten Bereich, wir möchten nach wie vor ein Monopol. Und wir haben einfach diese Monopolstellung zu konkretisieren. Okay, danke für die Replik. Herr Flach, Sie haben... Ja, besten Dank. Vielen Dank allen Beteiligten hier für diese Ausführungen. Auf dem zweiten Slide des BEJ taucht die Zahl von ungefähr 250 Millionen Franken auf, die jedes Jahr ins Ausland fliessen würde. Offenbar aus einer Studie der Universität Bern. Soweit ich das herausgefunden habe, basiert diese Schätzung auf einer Schätzung einer Schätzung. Also es gibt keine Zahlen dazu. Wir wissen nicht einmal die Grössenordnung. Und ich finde das relevant für die Frage der Verhältnismässigkeit. Das heisst ja auch nicht, dass wenn es in der Schweiz Angebote gibt, die konzessioniert sind, dass die dann so schlecht sind und so uninteressant sind, dass dann immer mehr abfliessen. Also dieses Wachstum hier von diesen 14 Prozent ist ebenso für mich nicht nachvollziehbar. Gut, danke. Gibt es von Herrn Böss noch eine Replik? Gut, also keine Replik. Einfach eine Ergänzung ist eine Studie, die im Auftrag unseres Amtes durchgeführt wurde. Der Auftrag für die Universität Bern für zwei Forschende war, sie sollen versuchen zu schätzen, wie gross der illegale Markt ist. Das ist naturgemäss schwierig. Das ist die Zahl, die sie herausgefunden haben für das Jahr 2017 mit diesen Wachstumsprognosen. Also das ist aber trotzdem mehr als Kaffeesatz lesen. Man ist immerhin ein Marketing-Institut der Universität, die diese Marktanalyse macht und uns einen Hinweis gibt über die Grösse. Das wäre im Moment etwa 15 Prozent des Gesamtmarktes. Wird auf ausländischen Online, nicht bewilligten ausländischen Online-Angeboten gespielt. Okay, danke. Haben Sie noch eine Ergänzung? Ja, nur eine kurze Präzisierung. Also ich glaube, mir scheint ein gewisser Kurzschluss vorzulegen, wenn wir sagen, wir haben eine Volksabstimmung gehabt, einen Artikel in der Bundesverfassung und daraus ergibt sich unmittelbar die Notwendigkeit, Netzsperren einzuführen. Also in Artikel 106 Absatz 5 steht, Bund und Kantone tragen den Gefahren der Geldspiele Rechnung. Sie stellen durch Gesetzgebung und Aussichtsmaßnahmen einen angemessenen Schutz sicher und so weiter. Und genau darüber, ob dieser Schutz angemessen ist oder nicht, darüber müssen wir diskutieren. Und das ist offen. Und hier scheinen mir gewisse Punkte offensichtlich zu sein, nämlich das fiskalische Interesse, das wohl hier im Vordergrund steht. Und ich denke, das sollte man auch klar auf den Tisch legen und sich überlegen, ist das ein relevanter Punkt, der dazu führt, dass wir in Kauf nehmen wollen, diese problematischen Sperren einzuführen oder Gewichten wie die andere Position höher. Und die etwas, wie soll ich sagen, indirekte Argumentation über den Schutz der Betroffenen und direkt aus der Volksabstimmung auf die Netzsperren zu schliessen, das scheint mir irgendwie die Realität etwas zu verkürzen. Okay, danke für den Hinweis. Also ich denke, dass man jetzt rein die fiskalischen Interessen hier als Begründung unsererseits in den Vordergrund stellt, ist falsch. Man muss wissen, dass Glücksspiel ist kein normales Gut. Es ist ein Gut, das mit negativen externen Effekten versehen ist. Darum ist auch die Ausweitung in anderen Bereichen, das kann man nicht einfach eins zu eins machen. Man muss jeden Bereich separat anschauen. Und ich kann Ihnen eins sagen, die Anbieter im Ausland, die da in den Startlöchern stehen, die sind in Malta, Gibraltar, Antigua, Bermuda, etc. Das ist ein Hort der organisierten Kriminalität, der Geldwäscherei und der Cyberkriminalität. Das macht das Internet unsicher, nicht die zwei, drei Sperren, die wir hier vorgesehen haben. Okay, danke. Frau Arsland, Sie hatten, glaube ich, noch eine Frage. Vielen Dank für die Ausführungen. Ich würde gerne wieder auf diese fiskalischen Interessen zurückkommen. Wir haben vorher auch in den Ausführungen gehört, dass ja Länder, bei denen diese Sperren eingeführt worden ist, dass es zu Zielen geführt hat, anscheinend. Aber es gibt ja auch Länder, die auf diese Sperre verzichtet haben und genau diese Anbieter dazu verpflichtet haben, dass sie auch einen Beitrag zahlen. Und dort hat man auch große Ziele erzielt oder erreicht, indem zum Beispiel, dass man gegen Sucht, gegen Prävention oder für Prävention oder eben auch für die Einnahmen etwas machen konnte, dass diese Schwarzmark, wenn man das so bezeichnen möchte, auch bekämpft wurde. Können Sie vielleicht etwas noch zu diesen Ländern etwas dazu sagen? Ja, das ist eben das Missverständnis, das hier herrscht. Die haben eben dann gleichzeitig flankierend auch die Sperren. Also man lädt dann vielleicht 20 dieser Anbieter ein, sich zu konzessionieren, aber die anderen dort sind Sperren. Also Frankreich kennt im Sportwettenbereich ein Lizenzierungsmodell. Dänemark kennt auch ein Lizenzierungsmodell. Also vermischen Sie bitte nicht die Frage mit dem Lizenzierungsmodell oder mit der Ordnung, mit den Netzsperren. Weil auch dort, wo Lizenzen vergeben werden an ausländische oder was auch immer für Unternehmen, ist es dann so, dass die anderen ausgesperrt werden. Einfach aus dem gleichen Grund, weil sonst die Spiesse nicht gleich gross oder gleich lang sind. Danke. Nochmal. Nochmal, Marc Friedrich, Casinoverband. Man muss sich schon bewusst sein, es macht keinen Sinn für Schweizer Anbieter hohe Auflagen zu bestimmen und dann gleichzeitig Anbieter, Illegale aus dem Ausland zuzulassen, die diese Auflagen nicht erfüllen müssen und keine Steuern in der Schweiz bezahlen. Ich muss Ihnen sagen, wenn diese Internetsperren nicht kommen, wird kein Schweizer Anbieter in Online-Casinos investieren. Dann wird es kein kontrolliertes Angebot geben, das in der Schweiz Steuern bezahlt. Okay, ist es nicht ein bisschen Angstmacherei jetzt auch, im Sinne zu sagen, die Welt geht unter, wenn die Netzsperren nicht kommen? Das ist wirklich keine Angstmacherei. Also wir gehen davon aus, wenn diese Netzsperren nicht kommen, wird es wirtschaftlich nicht möglich sein, ein Online-Casino zu betreiben, das die Schweizer Auflagen erfüllt, wenn man gleichzeitig der ausländischen, illegalen Konkurrenz ausgesetzt ist. Frau Arschland, Sie wollen noch? Okay, sonst da vorne noch eine Frage, ja, Kommentar. Mein Name ist Bernie Höhneisen, ich trete die Internet-Society Schweiz und meine Kernbote ist, Netzsperren machen das Internet kaputt. Wie schon gesagt wurde, es ist den Sicherheitsbemühungen, läuft es entgegen, es gibt O-Blocking zwangsläufig, teilweise funktionieren E-Mails nicht mehr, die von diesen Sperren betroffen sind. Davon sollte man die Finger lassen. Dann habe ich zwei Punkte zur Wirksamkeit. Es wird immer wieder behauptet, dass so zwei Drittel von den Spielern werden abgehalten durch Netzsperren. Ich frage mich nur, wie das gemessen wurde, ob das nicht einfach so eine Behauptung ist, ob man das wirklich messen kann, weil das Ganze verschwindet ja in der Illegalität offensichtlich. Und wo man da wirklich Zahlen hat, die Stimmen, das wage ich zu bezweifeln. Ich habe ja auch keine Quellen gesehen bisher, die wirklich das Ganze wissenschaftlich aufgearbeitet haben. Das Zweite ist, es wird immer wieder gesagt, diese Informationsseite, die ja dann kommt, wenn man einen ausländischen Geldspielanbieter aufruft, die hat eine große Wirksamkeit. Die Wirksamkeit verpufft, sobald man HTTPS, also sichere Serven anwendet, was die meisten ausländischen Geldspielanbieter haben dürften, nur schon wegen den Finanzen. Weil wenn HTTPS verwendet wird, dann kommt keine Informationsseite, sondern einfach so eine Fehlermeldung, irgendetwas ist da komisch, irgendjemand versucht, ihren Verkehr abzufangen. Es ist dann zwar eine Sperre da in dem Sinne, bevor sie umgeht, aber es nützt eigentlich nichts vom Informationswert her. Also das bringt gar nichts. Danke. Gibt es zu diesem, also diese Frage der Genauigkeit der Messung von solchen... Darf ich dazu mal einfach sagen? Gerne, ja. Als Registrierungsstelle für CH haben wir Messungen gemacht, und zwar haben wir gemessen, in welchem Netz gibt es wie viele Nameserver. Und wir haben allein im Netz der Swisscom ungefähr 15.000 Nameserver gefunden. Davon werden schätzungsweise maximal 100 von der Swisscom ungefähr betrieben werden. Alle anderen Nameserver sind wahrscheinlich Nameserver von Unternehmen, von Einzelpersonen. Und wenn man jetzt diese Netzsperren einführt, ist nur der Internetzugangsprovider verpflichtet, die Netzsperren auf seinen Nameservern zu machen. Das heißt eigentlich alle Mitarbeiter von KMUs oder alle Privatpersonen, die einen Synology NAS zu Hause haben, das für sie die Auflösung macht, dort werden die Netzsperren nicht wirken. Und wenn man jetzt überlegt, von Swisscom sind schätzungsweise 2 Millionen Benutzer, wenn man da drin 15.000 Nameserver hat, die durchschnittlich auch nur 50 Benutzer haben, dann benutzen gerade mal die Hälfte aller Swisscom-Nutzer überhaupt die Swisscom-Nameserver und werden von den Sperren betroffen. Dazu kommt natürlich, dass es auch noch Swisscom-Nutzer gibt, die keinen eigenen Nameserver haben, die aber Google oder OpenDNS benutzen. Das ist ein Riesenmarkt. Oracle hat gerade für 700 Millionen dünnde NS gekauft und die wollen den Markt, die wollen die Daten von den Schweizer Internetnutzern. Und die werden alles tun, damit die Schweizer Internetnutzer ihren Nameserver benutzen. Also DNS mit anderen Worten wird kritisch oder wird sehr teuer oder quasi unnützend als Sperre. Gut, wir haben hier noch schon länger eine Frage. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Barbara Bonner. Ich bin Verwaltungsrätin von SwissCasinos. Ich verstehe das Argument der leichten Umgehbarkeit dieser Maßnahme nicht, insbesondere in diesem Raum nicht. Staatspolitisch betrachtet sind ähnliche Argumente wahrscheinlich schon gekommen, als es um die Einführung der Höchstgeschwindigkeit auf Strassen gegangen ist. Selbstverständlich kann diese Höchstgeschwindigkeitsangabe leicht umgangen werden, indem man nämlich aufs Gas oder eben nicht auf die Bremse drückt. Das sollte unbestritten sein. Nichtsdestotrotz haben diese Höchstgeschwindigkeitsbegrenzungen enorme Wirkungen. Nämlich in der Regel wollen sich die Straßenverkehrsteilnehmer, ich nehme an, auch die Spieler, an das Gesetz halten und wollen nicht dieses Gesetz umgehen. Daher gehe ich davon aus, dass die Wirksamkeit dieses Internetblockings sehr hoch sein wird, insbesondere von denjenigen Personen her, die eben auf legalen Angeboten spielen wollen und nicht illegale Angebote berücksichtigen wollen. Danke. Es hat nur ein kleines Problem. Ihre Analogie stimmt nicht, weil der Spieler eben gar nichts Illegales macht. Das habe ich nicht gesagt. Der Spieler, der dort hingeht, macht eben nichts Illegales, weil es ist ihm nicht verboten, dort zu spielen. Das wurde auch nicht gesagt. Wir sind der Meinung, es wäre falsch, den Spieler zu kriminalisieren. Der ist heute nicht strafbar und wird es in Zukunft nicht sein. Frau Bonner hat auch nicht gesagt, das sei strafbar. Doch eine Geschwindigkeitsübertretung ist eben eine Übertretung und ist eine Straftat in dem Sinn und ein Glücksspiel im Ausland ist eben keine Straftat. Schauen Sie, wer sich hier strafbar macht, ist nicht der Spieler, sondern die ausländischen Online-Anbieter. Die machen sich strafbar. Wir haben heute schon eine Verbotsnorm im geltenden Gesetz und Strafbestimmungen, aber die halten sich nicht daran. Und weil sie in der Schweiz keinen Anknüpfungspunkt haben, kann man die nicht verfolgen. Es ist heute auch so, dass die bereits Werbung machen auf dem Schweizer Fernsehsender. Noch eine kurze Replik von Frau Bonner. Es ist nicht möglich, gegen sie vorzugehen, weil sie keinen Schweizer Anknüpfungspunkt haben. Ich würde noch so gerne dagegen vorgehen. Fragen Sie die Eidgenössische Spielbankenkommission, wie die rechtliche Situation ist in diesem Bereich. Vielleicht, wenn Sie ein anderes Analogum lieben möchten, kommen wir zum Gruyère-Käse. Der Gruyère-Käse darf nur unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen dafür hergestellt werden und als Gruyère-Käse verkauft werden. Nun ist es so, dass der Schweizer Gruyère-Käse markiert wird, damit festgestellt werden kann, ob ausländischer gefälschter Käse als Gruyère-Käse verkauft wird. Selbstverständlich wird der Staat am Zoll gefälschter Gruyère-Käse, wird er beschlagnahmt. Selbstverständlich wird er versuchen, dieses illegale Angebot durchzusetzen. Es wäre nicht illegal, diesen Käse zu kaufen, aber der Konsument hat ein Recht zu erfahren, was er kauft. Und daher hat der Staat die Aufgabe, diese AOC-Schutzbestimmungen durchzusetzen oder eben das legale Angebot zu ermöglichen. Danke. Okay, danke. Jürgen Gashonen. Jürgen Gashonen, UPC. Ich bin also Vertreter von einer der Firmen, die dies hier umsetzen müssten, sodass das Parlament dies beschließt. Vielleicht einleitend. Wir sehen Netzsperren generell sehr kritisch. Es gibt weltweit eine Übereinkunft aller ISPs, dass man freiwillig inklusive der zivilrechtlichen Haftung Kinderpornografie sperrt. Darüber hinaus, und ich sage das jetzt wirklich diplomatisch, sehen wir Netzsperren sehr, sehr kritisch. Und ich glaube, das Parlament wird gut beraten sein, hier sich zu überlegen, ob man diesen eigentlichen Dammbruch für etwas, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, da müssen Sie mich richtig verstehen, aber wenn Sie das ganze Internet anschauen, im Bereich der Geldspielgesetze, ob man da auf Gesetzesstufe beginnen will mit Netzsperren, das wird sich das Parlament wahrscheinlich gut überlegen müssen. Ich habe aber zwei Fragen. Offensichtlich werden Netzsperren hier als das, vielleicht nicht das goldene Kalb, aber als das, die berühmte Silver Bullet gesehen. Gehen wir mal davon aus, dass es so kommt, wie hier verschiedentlich kolportiert wird, dass es nämlich nicht funktioniert oder nur zu einem sehr geringen Teil funktioniert, ist die Frage für mich, was passiert dann? Sollen die ISPs weiter zunehmend in die Haftung genommen werden? Wird das also massivst ausgeweitet? Und die zweite Frage, die mich natürlich interessiert, wer bezahlt uns das? Okay, vielen Dank. Frau Nussberg hat da schon Notizen gemacht. Also zu Ihrer Frage, was passiert, wenn das nicht funktioniert? Also ich muss vorausschicken, ich habe mich informiert bei anderen Ländern, die die Netzsperre haben und jedes Jahr kommen immer mehr Einnahmen in das Gemeinwohl, in unserem Bereich. Deshalb, wir gehen davon aus, dass es bei uns auch so ist. Aber sollte das nicht funktionieren, ich muss Ihnen ehrlich sagen, diese Maßnahme lässt sich ganz einfach evaluieren. Nach einem Jahr schauen wir, sind die versprochenen Millionen in die AV geflossen oder nicht. Und ich bin die Erste, weil wir müssen dann diese schwarze Liste erstellen. Wenn dieses Mittel nicht funktioniert, wenn das nicht wirksam ist, ich bin die Erste, die aufhört mit der Übung. Deshalb, ja. Okay, und die zweite Frage. Wer bezahlt, das ist eine Frage, die der Gesetzgeber entscheiden muss. Der Bundesrat hat einen Vorschlag unterbreitet. Von der Spielbankenkommission haben wir hier keine gesetzliche Grundlage. Das Parlament muss entscheiden. Aber dort würde ich gerne trotzdem schnell drauf bleiben. Was sieht der Gesetzentwurf vor? Der Gesetzentwurf sieht keine Abgeltung der Zugangsprovider vor. Wir haben aber mit den Internetzugangsprovidern gesprochen, als wir das Gesetz getraftet haben. Und wir müssen, haben gesehen, es gibt keine hohen Kosten. Oder es sind genau die gleichen Listen, die heute für die Kinderpornografie verwendet werden, werden, kann man verwenden. Wenn es hohe Kosten geben sollte, dann gibt es eine Norm im Gesetz. Und dann können die Internetzugangsprovider die Sperrung ablehnen. Also wir haben hier eine Sicherung eingebaut, zusammen mit den Internetzugangsprovidern, damit, wenn die Kosten zu hoch werden, dass man dann diese Sperren nicht umsetzen muss. Danke. Bei Switch muss man auch Netzsperren einrichten. Ja, also als Vertreter eines Internetzugangsproviders möchte ich Ihnen widersprechen, die Kosten sind erheblich. Sie brauchen Spezialisten, die sowas implementieren. Teilweise müssen sie teure Lizenzen kaufen. Und insbesondere die kleinen ISPs, denke ich, die bis jetzt nicht freiwillig Kinderpornografie sperren, auf die kommen hohe Kosten zu, die sie nur schwer tragen können. Also das wird meiner Meinung nach zu einer Verschiebung von den kleinen ISPs zu den großen führen. Weil wenn ich 100.000 Kunden habe und mir eine DNS-Firewall kaufen muss, und betreiben muss, dann sind es erhebliche Kosten. Und die können die kleinen meiner Meinung nach nicht tragen. Und was ist der Unterschied zwischen den Kinderpornografie-Sperren und den Netzsperren für Online-Casinos? Sie sind freiwillig momentan ja noch. Und gerade die kleinen ISPs haben die nicht umgesetzt. Also es sind vor allem UPC, Swisscom, Sunrise und wir, die sie meiner Meinung nach umgesetzt haben. Und ein kleiner ISP, wenn sie vier Name-Server betreiben, eine RPZ-Lizenz kostet allein 25.000 Franken pro Jahr. Da haben sie allein Lizenzkosten, die liegen im sechsstelligen Bereich. Und sie brauchen einen Experten, den sie kaum finden auf dem Arbeitsmarkt. Ja, Herr Besser. Was sind die Service-Provider, die auf der Liste des Backcoms stehen, setzen die COBIC-Massnahmen um? Was sind 300, glaube ich im Moment etwa 300? Okay. Gut, weitere Fragen, Anmerkungen? Mein Name ist Django Betschardt. Ich vertrete die Anliegen von einer Gruppe von europäischen Online-Anbietern. Und ich kann Ihnen versichern, dass sich unsere Klientschaft liebend gerne um eine Konzession bemühen würde, wenn sie denn dürfte. Aus Wirtschaftspolitiker-Sicht lassen sich Netzsperren und andere Sperrmaßnahmen ja nur rechtfertigen, wenn man eine große Gruppe von Marktteilnehmern aus einem System auszuschliessen versucht. Und jetzt stellt sich ja die Frage, warum die Schweiz diesen Weg der Abschottung gewählt hat. Im konkreten Fall des Geldspielgesetzes wollen sich die landbasierten Casinos die internationale Online-Konkurrenz vom Leib halten. Und die Schweizer Digitalwirtschaft muss offensichtlich dafür bezahlen. Das haben wir gerade diskutiert. Dies ist jedoch nicht etwa die beste Lösung, sondern der einzige Grund für dieses geplante Online-Monopol ist, dass sich die Casinos während der Erarbeitung des Trafes durchgesetzt haben. So hat es nämlich unsere Bundesrätin Simonetta Sommaruga formuliert, als Ständerat Caroni gefragt hat, warum denn die Schweiz, die sonst liberale und fortschrittliche Lösungen macht, solch rückschrittliche Systeme entwickelt. Erfahrungen von anderen europäischen Staaten zeigen, dass das regulatorische Erfolgsrezept darin besteht, die existierenden internationalen Anbieter in ein Schweizer Konzessionssystem zu kanalisieren. So würden nämlich alle großen internationalen Anbieter im Schweizer Markt nach Schweizer Regeln und nach Schweizer Besteuerung anbieten und der Schwarzmarkt würde sehr klein werden. Auch entstünde dank dem ermöglichten Wettbewerb mehr Qualität, weswegen sich auch die ESPK anfänglich für eine Öffnung ausgesprochen hat. Und nun, um den Kreis zu schließen, eine kontrollierte Marktöffnung hätte einen betrachtlich reduzierten Schwarzmarkt als Resultat. Ein reduzierter Schwarzmarkt wiederum würde solch einschneidenden Maßnahmen wie den Netzsperren den Wind aus den Segeln nehmen. Und ich kann Ihnen versichern, Anreize für internationale Anbieter, sich auch ohne Netzsperren um eine Schweizer Konzession zu bemühen, gibt es zu Genüge. Dazu würden dem Bundesamt für die Stich bestimmt noch weitere Maßnahmen in den Sinn kommen, um nicht konzessionierte Anbieter zu sanktionieren. Und wie von Herrn Bössow erläutert, bemühen sich die grossen und seriösen Anbieter von sich aus, die Regulatorien der verschiedenen Märkte einzuhalten, um nicht auf einer schwarzen Liste zu landen. Gut, vielen Dank für diesen neuen Aspekt. Herr Fasnacht, geht es um den Protektionismus des schweizischen Casino-Marktes? Ich wollte eigentlich eine Frage zurückstellen, aber ich ziehe die Frage zurück. Es bringt nichts. Ich denke, man sollte alle anderen Themen und andere Leute, die es nicht ablesen, befragen oder denen das Wort erteilen. Danke. Aber mich würde es das noch interessieren. Also die Frage ist, wird der Schweizer Markt ja primär geschützt durch eine Netzsperre oder geht es wirklich um die Sache? Also noch einmal, es wird vermischt. Wenn Sie die anderen Anbieter aus Europa, sprich Malta und Gibraltar und Alderney, Isle of Man aus Europa, zulassen, dann wird es trotzdem so sein, dass gerade eben diese Anbieter auch Netz sperren möchten. Das ist in diesen Ländern so. Schauen Sie nach, Dänemark hat zwar 20 zugelassen, Frankreich hat auch ein paar zugelassen, aber die machen dann trotzdem Netzsperren. Also wir vermischen da zwei Sachen. Und noch einmal, Protektionismus. Die Steuereinnahmen sind sicherlich ein Thema, was hier ausgeblendet wird, ist wirklich die Tatsache, dass wir ein ganzes Kapitel 6 haben im Gesetz. Es sind an die 20 Artikel mit Sozialschutzmassnahmen, die auch einem Auftrag entsprechen aus der Verfassung. Und primär aus diesem Grund ist auch vorgesehen, dass man einfach Player, die sich nicht an diese Auflagen halten, nicht in der Schweiz haben möchte. Also es geht darum eigentlich, die Leute in der Schweiz aus sozialpolitischen Gründen zu schützen. Dass jetzt diese zwei Ziele sich gerade noch in die gleiche Richtung entwickeln, ist für uns sehr gut, für die Gegner der Massnahmen natürlich etwas ungünstiger. Okay. Okay, Besser. Es wurde jetzt ein paar Mal über den Protektionismus gesprochen. Ich möchte hier noch etwas dazu sagen. Also was wir in der Schweiz vorsehen und eben die Verfassung vorsieht, ist kein freier Marks, ist kein freier Competition in the Market, ist eine Competition to the Market. Schon heute sind 40 Prozent der Spielbanken ausländisch beherrscht, zu mehr als 50 Prozent. Bei den in Zukunft werden sich, auch in Zukunft werden sich alle, weltweit alle Anbieter können sich um eine Konzession, können eine Konzession verlangen. Also alle können. Es ist in dem Sinne nicht, der Zugang zum Markt ist nicht protektionistisch. Einfach der Markt selber ist nicht ein freier Markt, es ist ein Markt mit Konzessionen, im Moment sind es 21. Also das muss man schauen, dass man das nicht vermischt. Es ist nicht Heimatschutz. Oder alle können hier eine Konzession haben. Okay, kurz in den Blick, ja. Genau, also jeder hat das Recht, eine Aktie zu kaufen eines Schweizer Casinos, welches eine Online-Spielbank dann besitzt. Jedoch haben sie die internationalen Anbieter, die sie seit 20 Jahren anbieten, nicht die Möglichkeit, ihre Services, ihre Angebote an die Schweizer Spieler zu richten. Das ist ein großer Unterschied, weil in der europäischen Ebene niemals die Schweizer oder niemals die Land-Casinos stark sind im Internet, sondern die Internet-Anbieter sind immer separate Anbieter, die nichts mit landbasierten Casinos zu tun haben. Okay, nochmal, was macht ihr? Ja, aber das hat einen Grund. Bislang war es den Schweizer Casinos schlicht und ergreifend gemäss Geldspielgesetz verboten, online anzubieten. Und sie haben sich an diese Regelung halten müssen. Also dieser Vergleich stimmt jetzt hinten und vorne nicht. Also wenn sie nicht können, die Schweizer Casinos, dann ist es ihnen auch nicht möglich. Danke. Herr Volzer Glättli. Mich treibt etwas anderes um. Also nämlich die Frage eben, welche anderen Möglichkeiten zur Sanktionierung von ausländischen Anbietern man allenfalls haben könnte. Also jetzt einfach sehen wir diese Rechtslage so. Es wurde gesagt, es fehlt der sogenannte Anknüpfungspunkt. Gibt es Möglichkeiten wie wir, also es ist vor allem eine Frage an die Rechtsgelehrten im Raum, wie wir einen solchen Anknüpfungspunkt erstellen könnten. Also es fliessen ja Geld, es ist eine vertragliche Beziehung. Die da eingegangen wird von jemandem, also mindestens durch konkludentes Handeln, vermutlich durch Abklicken irgendwelcher AGBs, der da erstellt wird. Und da müsste es doch möglich sein, ich rede jetzt noch nicht vom rechtlichen Aufwand, aber von der grundsätzlichen Konstruktion, da auch auf Anbieter, auf solche Anbieter, die sich dann nicht an ein Verbot halten, jetzt unbesehen, ob es Netzsperren gibt oder nicht, auch zurückzugreifen und juristisch vorzugehen. Ja, gerne. Danke für Ihre Frage. Also ich kann Ihnen sagen, strafrechtlich können wir nichts machen. Auch wenn wir heute unser Gesetz ändern würden, könnten wir nichts machen, weil eine Bestrafung dieser Anbieter, die im Ausland sind, setzt voraus, dass Sie auch in Ihrem Land, wo Sie Ihren Sitz haben, Ihren Server, dass Sie auch dort strafbar sind. Und das schaffen wir praktisch nie. Und wenn wir einmal einen Fall hätten, wo wir das schaffen, ich muss Ihnen sagen, in Costa Rica, ich weiss nicht, ob jemand Interesse hätte, unsere Altersvorsorge zu unterstützen. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Und gleichzeitig möchte ich auch die Frage von Herr Tuven beantworten. der gefragt hat, warum schliessen wir von diesem Verfassungsartikel direkt auf das Blocking. Es gibt tatsächlich andere Möglichkeiten, aber die für uns nicht in Frage kommen, weil sie viel weniger wirksam sind als ein Online-Blocking. Das wäre zum Beispiel das Blocking der Finanzflüsse, also dass man die Finanzintermediäre verpflichtet, alle Transaktionen zu stoppen, zu den Illegalen. Das Problem ist, und ich muss ehrlich sagen, die Spielbankenkommission hat das am Anfang gewünscht, diese Massnahme. Aber im internationalen Austausch haben wir gemerkt, das funktioniert praktisch nirgendwo. Und deshalb haben wir gedacht, ja, weil die Möglichkeiten, die Vielfalt der Möglichkeiten, diese Zahlungen vorzunehmen, verhindert, dass diese Massnahme wirksam ist. Es genügt, dass Sie mit PayPal bezahlen, zum Beispiel, oder ja, nicht mit einer Kreditkarte. Stellen Sie sich vor, wenn jetzt noch die Bitcoins kommen, es klappt nicht. Und was sonst noch im Ausland zusätzlich zum Blocking dazu kommt, ist die Bestrafung der Spielerinnen und Spieler. Das wäre auch eine Möglichkeit, die vielleicht ein bisschen abschrecken würde, mit den illegalen Angeboten zu spielen. Aber wir sind zurückgehalten, weil eigentlich frustrieren wir die falschen Personen, oder die Leute, die etwas falsch machen, sind eigentlich die Illegalen und gegen die wir heute wirklich keine Mittel haben. Und das, was wir wollen, ist wirklich unsere Konzessionen schützen. Gut, vielen Dank für die Statements. Ein allerletzter Replik und nachher müssen wir leider die Runde schliessen. Dann halte ich mich ganz kurz. Zwei Punkte, ich war indirekt angesprochen von Walter Sagletti und auch von Frau Nussberger. Ich glaube, ein Punkt wäre, wir haben verschiedentlich gehört, Netzsperren haben vor allem eine Informationsfunktion. Warum setzt man nicht primär auf diese Information und lässt das Sperren sein? Jetzt können auch Schweizer Anbieter online anbieten, wenn das neue Gesetz kommt. Ich persönlich würde lieber bei einem Schweizer spielen als bei einem Ausländer, insbesondere wenn ich weiss, dass das Geld ja dann nachher meiner AHV zugute kommt. Warum nicht diesen Ansatz erst versuchen? Wenn wir dann merken, dass es nicht funktioniert, vielleicht ist das ja so, dann kann man immer noch reagieren. Zweiter Punkt, die Frage von Walter Sagletti. Es ist natürlich faktisch tatsächlich schwierig, diese Dinge umzusetzen, also im Ausland erfolgreich vorzugehen. Aber es gibt Möglichkeiten. Es liegt dann eine deliktische Handlung vor, wenn man gegen schweizerische Strafrecht verstößt, können Sie zivilrechtlich vorgehen. Im Ausland haben Sie einen Handlungsort, an dem Sie klagen können. Sie müssen das halt tatsächlich tun. Und die Frage ist natürlich schon, ob sich der Aufwand dann im Einzelfall rechtfertigt. Aber es ist nicht so, dass keine Möglichkeiten bestehen. Das ist überall bei diesen Fragen der Rechtsdurchsetzung online. Das ist effektiv kompliziert, dann und voll aufwendig. Und man muss sich fragen, ob das sich lohnt. Danke. Letzter Blick. Also, habe ich richtig verstanden, Ihre Frage wegen der Information wäre, wie eine Stopp-Seite ohne Blocking. Oder was meinen Sie mit Information? Es gibt diverse Möglichkeiten. Ich bin nicht Politiker, der hier Vorschläge lancieren sollte. Aber man kann auch einfach eine Informationskampagne machen. Die Leute darüber aufklären, es gibt jetzt schweizerische Online-Geldspiele, kommt doch zu uns. Also, ich kann Ihnen sagen, Ausländer, also ausländische Staaten, haben das versucht. Zum Beispiel Frankreich im 2013. Sie haben viel Geld ausgegeben, eine breite Kampagne gestartet. Nach zwei Jahren haben sie die Massnahme evaluiert. Zwei Drittel der Spielerinnen und Spieler wussten nicht, ob das Spiel, bei dem sie spielen, illegal oder illegal war. Und das Gleiche ist, etwas Ähnliches ist in den USA passiert. Ein Viertel der Spieler wusste nicht, ob es in seinem Land legal war, zu spielen oder nicht. Und für mich als Aufsichtsbehörde ist es wirklich wichtig, die Spielerinnen und Spieler dort zu informieren, wo die Sachen passieren. Ich mache das Beispiel, in der Schweiz braucht man zum Beispiel eine Konzession, um eine Seilbahn zu bauen. Wenn plötzlich illegale Seilbahnen da sind, ich habe keine Lust, dass mir die Behörde sagt, ich habe das dir auf dem Internet geschrieben, dass da illegale Seilbahnen sind. Also wir möchten wirklich wirkungsvolle Massnahmen vorschlagen und genau dort, wo die Spieler wirklich spielen, weil sonst erreichen wir sie nicht. Gut, das ist doch ein spannender Abschluss von den Autobahnen über den Grün zu den Seilbahnen. Vielen Dank von meiner Seite für die sehr angeregte Diskussion. Ich darf nun das Schlusswort der Co-Präsidentin Edith Graflitsch übergeben. Ja, besten Dank, Matthias. Besten Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Fazit ist, dass es dringend war, dass wir diese Diskussion jetzt, ich sage mal, gestartet haben, weil die Diskussion, die bisher vor der Beratung im Ständerat ja sehr, sehr auf der Sparflamme stattgefunden hat, die muss stattfinden. Das zeigen die verschiedenen Voten, die wir heute gehört haben. Und ich bin überzeugt, wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier werden noch mit einigen von Ihnen die Gespräche führen. Sie werden sicher auch auf uns zukommen. Und ich weiss nicht, ob jemand mit mir wetten möchte, im Nationalrat, in der Frühlingssession, wird das Thema Netzsperren sicher nicht einstimmig abgehalten werden. Da werden jetzt sicher noch Gespräche geführt werden, von beiden Seiten. Und ich bin sehr gespannt, wie sich unser Rat dann schlussendlich entscheiden wird. Von meiner Seite ist eine Frage noch offen, aber die kann ich dann später irgendwo sicher noch deponieren. Für mich stellt sich immer noch die Frage, ist denn eigentlich das Geldspielgesetz überhaupt der richtige Ort, um über dieses Thema zu diskutieren? Für mich persönlich würde eine Revision des Fernmeldegesetzes dazu eher geeignet sein, wenn wir davon reden, dass der Zugriff aufs Internet eingeschränkt wird. Und das ist meine Frage, die noch offen bleibt und die wir sicher noch diskutieren können. Jetzt möchte ich Sie aber alle noch ganz herzlich zum Apéro einladen. Diejenigen, die nicht an die Session dürfen, wie meine Kolleginnen und Kollegen und ich, die dürfen auch noch nach 15 Uhr den Apéro geniessen. Und wir werden uns dann ab 15 Uhr mit dem Luftfahrtgesetz befassen. Dort wird es nicht so hitzig zu und her gehen. Ich wünsche Ihnen aber nachher allen frohe und erholsame Festtage. Und ich bin überzeugt, wir werden ab Januar spätestens sicher wieder voneinander hören. Besten Dank und alles Gute.